Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Fusion Grundlager Tutorial-Reihe und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir mit einem speziellen Plugin unsere Einzelteile hier von dem Schraubzieherhalter fürs Lasern vorbereiten können. Wie wir das Plugin installieren und vor allem, wo wir das Plugin downloaden können, schauen wir uns gleich nach dem Intro an. So, schauen wir mal, wo wir das Plugin finden. Das Plugin, wenn es installiert ist, findet sich hier im Erstellenbereich unter Save DXF for Laser Cutting. Und wo finden wir das Plugin? Das ist ganz einfach installiert. Wir gehen auf den Konstruktionsbereich, gehen dann hier auf den Unterbereich Werkzeuge und dann gibt es dann den Bereich Zusatzmodule. Da klicken wir mal drauf und dann finden wir hier Fusion 360 App Store. Wenn wir den Link anklicken im Menü, werden wir auf eine Webseite umgeleitet von Autodesk auf den App Store für Fusion. Und wenn wir dann hier im Suchfeld noch DXF und Laser als Suchwort suchen, dann kommen wir hier automatisch auf das Plugin. Und da gibt es dann zwei Varianten. Es gibt einmal eine Variante für Mac OS X und einmal für Windows. Und mit einem Klick hier auf Download können wir das kostenlose Plugin downloaden. Bei Windows ist es in dem Fall jetzt eine MSI-Datei und die können wir ganz einfach über einen Doppelklick im Windows Explorer können wir dann die Installation starten. Und nachdem die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, brauchen wir bloß noch einen Neustart machen von Fusion. Und wenn wir dann, wenn Fusion wieder hochgefahren ist, finden wir dann auch hier unser Plugin im Bereich erstellen. Und dann können wir hier das Plugin durch einen Klick starten. Und wenn wir das aufrufen, müssen wir hier zuallererst eine Fläche auswählen von einem Bauteil, das man lasern möchte. Ich fange mal hier mit dem gelben Bauteil an. So, habe jetzt hier die Fläche ausgewählt. Dann kann ich hier in dem zweiten Bereich kann ich dann den Laserabrand einstellen. Hier sind so Werte von ein Zehntel bis zwei Zehntel sind hier normal. Wie gesagt, aber das ist ein Wert, den man ausprobieren muss, weil das hängt je nachdem vom Laser und vom Material ab. Hier muss man ein bisschen experimentieren. Ich denke mal ein guter Startwert ist ein Zehntel. Und dann können wir hier noch den Preview einschalten. Ganz sinnvoll ist, wenn wir hier das Output auf Multiple Layers einstellen. Das heißt, da werden dann später in der DXF-Datei die verschiedene Konture, hier auch mal die Innerkontur und die Außerkontur auf verschiedene Layer abgelegt. Und dann die Layer auch mit verschiedenen Farben definiert. Das macht uns dann später die Bearbeitung in unserem Laser-Schneidprogramm wesentlich einfacher. So, wenn wir jetzt auf OK gehen, dann wird ein neues Fenster geöffnet. Ich habe hier in meinem Standard Fusion 360 Download Ordner oder Arbeitsordner, habe ich mir einen Unterordner erstellt zum Lasern und dann wird hier automatische Dateiname vergeben. Den Dateiname zieht er sich hier aus dem Browser heraus, nach dem Komponentennamen. Und wir sehen auch hier gleich wird ein DXF-File erzeugt. Das können wir jetzt speichern. Und wenn ich jetzt hier die nächste Fläche machen will, dann gehe ich wieder auf mein Plugin, rufe das auf. Jetzt machen wir mir das pinkfarbene Teil. Ich wähle die Fläche aus, die ich lasern will. Die Werte mit 0,1 Millimeter als Laser-Abbrand hat er übernommen. Gehen wir wieder auf Speichern oder auf OK. Dann können wir das Teil wieder abspeichern. So und jetzt haben wir hier schon mal zwei Teile erstellt. Und jetzt müssen wir noch das grüne machen. Also gehen wir wieder auf Ersteller. Wähle hier das grüne Teil aus. Gehen auf OK. Und so muss ich jetzt einfach nur noch meine ganze Teile durchgehen. Jetzt fehlt nur noch hier das Aquafarbene Teil. Also zum letzten Mal das Plugin aufrufen. So und dann haben wir jetzt hier unsere vier DXF-Dateien erzeugt. Und die vier DXF-Dateien, die können wir jetzt in unser LibreCut benutzen, um die endgültige Laser-Datei zu erstellen. Können wir das jetzt importieren. Und da ist zum Beste jetzt nicht die einzelne DXF-Dateien per Drag & Drop hier einzeln reinzuziehen. Sondern das machen wir am besten als Block. Dazu gehen wir hier auf Datei. Gehen auf Importieren. Und importieren dann die einzelne DXF-Dateien als Block. Das heißt, die einzelne DXF-Dateien sind dann in sich geschlossen. Können nicht mehr verändert werden. Was wir jetzt in dem Fall aber auch nicht groß müssen. Und wir können sie jetzt hier schön ablegen. Mit Escape kann ich das beenden. Dann holen wir das nächste rein. Wieder als Block. Wählen dann die zweite Datei aus. Kann die jetzt hier ablegen. Und importieren jetzt so alle vier einzelne Bauteile. Legen wir dann die hier entsprechend ab. So und habe jetzt hier in einer DXF-Datei alle vier Bauteile drin. Und jetzt muss ich sie nur noch die einzelnen Blöcke durch Kopiere bearbeiten. Kopiere und einfüge. Entsprechend verdoppeln oder verdreifachen. Je nachdem, welche Teile ich brauche. Kann sie dann hier auf meinem Arbeitsbereich Positionieren. Gut ausrichten, sodass ich möglichst viel Material einsparen kann. Und dann speichere das Ganze nochmal als neue DXF-Datei auf. Und kann es dann in meinem Laserschneidprogramm weiterverarbeiten. Ja, also viel Spaß beim Ausprobieren vom Plugin Save DXF für Lasercutting. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. So. 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 Vielen Dank.